Natürlich darfst du mich, ey. Kopier mal gleich meinen Code da rein. Nein, ich mach schon. Ja! 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 Perfekte Scheiße! Wir haben's! Wuh! Wir sind gleich ganz warm hier. Tascha! Mein Gott! Bitteschön! Da bin ich einmal da direkt shiny. Liegt an mir, Jungs. Ja, Domi, ey. Wir bleiben drin. Alles okay. Läuft bei dir, okay? Kann ich bei dir mal klippen? Warte morgen gern die shiny Reaction hochladen. Hörter! 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 Meisterball Oh mein Gott, ich will einen coolen Ball, aber ich will auch nicht riskieren, dass es nicht drin bleibt Ja, ich will auch einen coolen Ball, aber tatsächlich, den Ball kommt man an und das ist kein Problem Ich nehme einen Hyperball Ich nehme auch einen Hyperball, komm schon Komm schon, komm schon Bleib drin, bleib drin Bleib einfach drin, bitte Ja Ja Pssst Ach Gott sei Dank Gott sei Dank Millilidingspubs, ich poste meinen Code, jetzt warte sie Millilidingspubs Und zu mir sagen, wird dieser noch arschiger sein, als wird dieses Jahr Nö Du hast doch umgebrüllt, du hast mich aus dem Konzept gebracht Es tut mir leid Ich bin Macher Kammer, spielt niemand sonst Ja Mach ruhig Ich weiß nicht mal, was es kann bei dir Ähm, ich hab's auch schon wieder vergessen Nein, ist es der Gans Nein Ist es deine Angst? Alter Alter Sehr gut Du hast du einfach Du bekommst erst mal auf den Discord einen neuen Namen Oh mein Gott Weil es ist auch noch so ein selteneres mit diesen komischen Quadraten drin, ne? Was? Ja, es gibt halt normale Shinies, die haben halt diese normalen Sterne und die selteneren Shinies haben diese Quadrate, wenn die oft ploppen. Die schon nie drauf krachtet. Das trümmert ihn, ey. Ja. Böser Kaktus, richtig böser Kaktus. Fangen sie. Bleib drin, komm, bleib drin, bitte bleib drin. Komm schon, komm schon, komm schon, tu es, bleib drin. Du geh rein, auf Ehrenbasis, dummi. Ja. Ich hab's. Was ist? Ich hab's. Ach, Gott sei Dank. Alter, dummi. Du bist gemacht. Wo bist du? Warte mal, ich muss dich aus dem Umbelenden jetzt. Dario. Ja, wieder ein Shiny. Die Knamen ändern, so. Habt ihr gespeichert? Ja, jetzt. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja. Vielen Dank.